damit ist jetzt podcast meine kerle sogar ziemlich pünktlich im vergleich zu den anderen malen hallo hallo micha ja wie man sieht sind wir wieder zu zweit dann ist es auch einfach eine grüße aus dem norden in den osten und von osten in den norden zurück und an alle unsere hörer wo auch immer ihr seid genau ja also wir haben wieder neuen testballon ob ich dieses mal wieder meinen privatsphären schützenden modus habe dass ich nachher wieder so verpixelt bin oder ob ich heute so richtig scharf rüberkommen wir beobachten da mal wieder was eigentlich klappt oder nicht ja mir fällt gerade eigentlich müsste den fix den wir noch vom letzten mal haben wieder ausmachen und wissen ja nicht ob es am fix liegt sondern jetzt an der nächsten änderung lass mich das noch mal ganz kurz korrigieren und also es ist wissenschaft live hier wir machen eine forschungsreihe dazu und gucken was passiert was man so macht nicht oder learning bei kaputt machen ja das nennt sich forschung müssen nur irgendwann mal forschungsgelder dafür beantragen das könnte jetzt sogar ein super einstieg in das erste thema sein oder mit mit gelder ja mit gelder kann man uns aus beziehungsweise eigentlich nicht weil der witz ist ja es ist ja zum selbst kostenpreis ich muss jetzt das richtig an machen ach so das meinte ich gar nicht okay gut nein aber ist es gut das ist ja sowas gar nicht gemeint aber es passt trotzdem irgendwie wir bleiben jetzt dabei wir wollen geld von euch aber nur wenn ihr wollt und eigentlich haben wir auch nichts davon aber zu den diesjährigen genau zu den diesjährigen kieler open source linux tagen habt ihr die einmalige möglichkeit eine tasse euch quasi zu bestellen wichtig die ist nur für selbst abholer die können wir nicht verschicken die dürft ihr euch dann oder ja ihr dürft sie abholen nämlich bei den kieler open source linux tagen die dieses jahr dafür habe ich den anderen tab 19 20 und 21 sind wobei ihr den becher den ihr vorher schon bezahlt habt nur am 20 und 21 abholen könnt also am lpd am 19 ist das noch nicht da sind wir auch in der aufbauphase noch und das ist mir jetzt zu wuselig also ihr habt zwei tage zeit um das ding abzuholen und ihr müsst es halt vorher überwiesen haben und zum stichtag das ist jetzt ein bisschen klein versteht da bis wann achter neunter bis zum achten neunten könnte muss es auf dem konto vom kids der veranstaltungsorte übernimmt da auch netterweise die kontoführung dafür da gucken wir dann wie viele tasten bestellungen reingekommen sind und dann laufe ich dahin und lasse diese tasten in der exakten anzahl druck und hole die denn ab ja genau und dann stehen die bei den kieler open source und linux tagen und dann gucken wir wer eine gekriegt hat darum muss er darum müsste die auch mit der e mail adresse in der im verwendungszweck so gekennzeichnet haben damit nicht irgendwie meine ich habe aber 30 tassen bestellt da brauchen wir so als gegen check die e mail adresse drin also vor ort kann man die nicht kaufen also ich lasse exakt bloß die anzahl bedrucken die auch vorher überwiesen haben also wir haben keine zusätzlichen da genau wie nennt man das print on demand glaube ich also alles was nicht bis zum stichtag eingegangen ist schönerweise ist das ja ab heute genau ein monat habt ihr zeit euch zu entscheiden und dann dürfte die nicht nur direkt vor ort abholen nein ihr habt auch die einmalige möglichkeit dadurch dass das ein einzigartiges tux flash motiv ist warum weiß ich das weil ich es gemacht habe ganz einfach auf den tassen ist noch platz für unterschriften dann dürft ihr oder könnt ihr die chance nutzen die von uns signieren zu lassen also von Jean Hauke oder wer verrückt genug ist auch von mir und wer einen verunglückten pinguin drauf gemalt haben möchte dann würde ich auch noch ein pinguin drauf malen einmalige gelegenheit das ist jetzt aber ein bisschen sehr sportlich also ja ja also es geht auch relativ schnell aber ist natürlich nicht anatomisch korrekt oder so ja das auf jeden fall genau so das ist quasi so ein so ein so ein so ein brücken event zu den kino open source und linux tagen datum hast du schon genannt 19 bis 21 wobei der 19 der lpd ist mit einsteiger themen ansonsten 20 21 ist dann gefüllt mit programm haben wir da schon was oder also das programm ist quasi eine entstehung wir also wie es also so ein bisschen aus dem nähkästchen geplaudert wir haben von sehr vielen leuten schon vorträge und workshops angebote gekriegt und aus den angeboten nachher ein programm zu puzzeln das dauert ein bisschen vor allem weil sehr viele bedingungen dabei stehen so was wie ich kann aber nur dann und dann und dann versuchen wir natürlich allen irgendwie gerecht zu werden und das denn so hin zu schubsen dass entweder niemand unglücklich ist oder alle so ein bisschen unglücklich sind damit wir so das optimum aus den sachen machen können ja genau aber das programm ist noch nicht fertig also so am anfang september vielleicht ein bisschen vorher ist es üblicherweise fertig und dann könnt ihr euch auch registrieren für die workshops für die muss man sich nämlich anmelden alles andere braucht ihr euch nicht anmelden kommt dann einfach vorbei es kostet keinen eintritt damit könnt ihr alle vorträge sehen die ausstellung angucken und so weiter und euch natürlich auch mit anderen leuten unterhalten an den ständen oder wenn wir euch über den weg laufen natürlich auch mit uns und überhaupt und so genau aber workshops da brauchen wir eine anmeldung damit der raum nicht zu voll wird zehn leute kriegen wir rein in so einen raum das ist so eine ganz gute größe was der workshop leiter auch noch irgendwie handeln kann ansonsten wird es auch irgendwie schwierig und die luft wird knapp und so also von daher da braucht man eine anmeldung alles andere ist frei genau okay ein sendeschluss für die vorträge ist rum oder ist schon ist schon um genau war am 31 jetzt genau genau dann passt das wo die ein sendeschluss noch nicht um ist müsste bei den tux tagen sein die sind diesmal eigentlich zweiter november ja zweiter november aber irgendwie passt der name tux hg dann nicht mehr eigentlich ist es ja stückstag aber es ist ja eigentlich nur die ausnahme dass wir diesmal nur zu einem tag programm machen können aus organisatorischen gründen aber auch das ist bis jetzt schon gut gefüllt das programm das wird auch erst oder möchte ich jetzt schon nichts vorweg nehmen aber auch erst kurz vorher wirklich fix sein also nach den kilos könnt ihr so langsam mal gucken wie hier das programm aussieht also erst so langsam genau ansonsten habe ich jetzt nichts mehr zu zeigen kann ich den browser wieder ausblenden so ansonsten werbeblock machen wir gleich weiter dann ist das ding durch am anfang hauke auf youtube mit nicht der weißheit letzter schluss und oder auf peer tube folgen ansonsten ich muss mir echt irgendwann mal aus lauter jux und dollerei wirklich so ein pappaufsteller von genre drucken lassen und den wirklich mittagrund aufstehen aufstellen für genau für solche zwecke man könnte den natürlich auch faken so als transparentes bild einbauen und dann sollen so einen so einen druckraster drüber legen so ein grobes druckraster und dann setzen wir den moment in welche richtung zeige ich gerade eine falsche richtung natürlich dahin da ist ist ja üblicherweise noch platz dann kommt da einfach der pappt schon hin aber irgendwie so ich muss mal gucken wo wo man sich sowas drucken lassen kann und was das kostet einfach nur für den spaß aber was er nicht zum spaß machen sollt sondern aus überzeugung linux guides auf youtube abonnieren wenn das nicht schon gemacht hat und den zweitkanal linux guides admin wobei das ist ja der dritte kanal linux guides eng oder en nur für die englischen jetzt heißt es linux ort der englische kanal heißt ort das werde ich mir nie merken nein also ich habe es mir gemerkt weil es irgendwie das ist ja kein richtiges englisches wort aber irgendwie scheint das zu funktionieren die eselsbrücke ist so ja abwegig dass das die im langen zeit speicher bleibt keine ahnung was vielleicht auch im langen zeit speicher bleibt ist twitch.tv da bin ich quasi unterwegs und mache da immer lustige sachen auf twitch am dienstag und am donnerstag damit haben wir den werbeblock direkt am anfang glaube abgehakt habe ich irgendwas vergessen nein ich glaube nicht also vielleicht bloß dass du zwei tage mit zwei verschiedenen themen hast dienstag ist gaming nicht und für gewöhnlich genau genau und donnerstag technik und dieser podcast genau richtig also es gibt zwei tage wo ihr dort was sehen könnt genau je nach eurem gusto ach wo wir schon dabei sind es wird immer länger nicht nächsten dienstag haben wir ja auch was vor da spielen wir mal wieder ein spiel das läuft bei dir natürlich also bei twitch saint of sinner bei mir nicht der weiß seit letzter schluss und letztes jahr war schon mal mit dabei düse master gaming wir haben zu dritt ein strategie spiel gespielt und jeder hat auf seinem eigenen kanal seinen eigenen monitor ja gezeigt so dass er denn uns virtuell über die schulter schauen konnte wie gut oder schlecht wir das ganze machen und es wird dieses mal wahrscheinlich wieder relativ schlecht sein weil wir uns mit dem noch nicht auskennen wir haben uns einen open r a mod ausgeguckt ich habe schon ein paar runden gespielt und habe gemerkt ich habe noch nicht so den dreh raus dabei und da werden wir nächsten dienstag wahrscheinlich richtig einen auf die mütze kriegen weil wir einfach nicht wissen wie die mechaniken funktionieren aber beim scheitern könnt ihr uns natürlich zugucken und dann habt ihr was zu lachen oder so ja jetzt setzte mich ordentlich unter druck also ich wollte es mir extra nicht vorher angucken um die maximale lernkurve dann zu haben aber wenn du sagst selbst wenn man sich es anguckt wird es schwierig dieser druck dieser unmenschliche druck also das ist keine lernkurve es ist eher eine lernwand ja gut also ja ja ist dann also sehr interessant genau das wäre quasi so ein anderer multistream also es ist dieselbe partie nur in drei verschiedenen aus drei verschiedenen perspektiven nicht in drei verschiedenen perspektiven ach nee das stimmt habe ich glaube ich falsch erzählt es läuft ja bei linux guides bei youtube nicht nicht bei mir also ja stimmt das ist ja die urlaubsvertretung genau das ist ja das linux guides ferienprogramm weil jong ja im august nichts macht darum ist er unter anderem auch nicht hier heute genau ja kann ja okay wir zwingen ja niemanden nee außer uns ja na also wir sind so so pflichtversessen wir machen das trotzdem auch wenn es warm ist hier wird sowieso in dem raum immer relativ warm toll im winter im sommer naja aber damit denke ich haben wir den werbeblock auch komplett durch oder ja gönnt ihr euch denn auch mal urlaub naja ich persönlich bin da anders also in meinem urlaub bin ich unterwegs am arbeiten also mein urlaub ist im september dann fahre ich nach kiel und das wochenende davor bin ich bei einer komplett anderen veranstaltung auch irgendwie involviert also das ist auch mein erster urlaub diesen jahr der dienstliche ich gehe immer mit relativ viel urlaubstagen ins neue jahr auch nicht schlecht auge kannst du den link da fehlt was ich würde nochmal ich denke es ist nochmal tassenstellung genau ja habe ich jetzt nochmal reingeschmissen genau ja also ich komme jetzt auch natürlich nicht wirklich dazu die kilo open source und linux drücken natürlich näher und es sind wieder so so viele kleinigkeiten zu organisieren zu es ist wahnsinnig viel organisation also auch leute koordinieren dass dinge auch wirklich zum richtigen zeitpunkt an der richtigen stelle sind dass informationen vorliegen damit man alles machen und tun und überhaupt kann also im moment hätte hätte habe ich vor urlaub keine zeit also meistens im dezember habe ich wieder ein bisschen luft aber im moment nein ja so wie es immer ist ja okay was hatte ich denn so die letzten zwei wochen was war dazwischen war was interessantes bei nicht der weißheit letzter schluss ich weiß es gerade nicht weil ich habe diesmal konnte ich es mir nicht so wirklich angucken warum nicht ja kennt vermutlich die überschriften ich habe sie registriert ne eins habe ich mir sogar angeguckt aber nicht bis zum ende ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern also das eine von also das von dieser woche ist linux min 22 ich habe einfach mal kurz reingeguckt in die drei verschiedenen varianten also xfce marta und cinnamon habe natürlich viel gleiches gesehen ist ja auch mehr oder weniger dass der grundgedanke hinter linux mint egal welchen desktop du verwendest du hast ein sehr ähnliches desktop erlebnis mit sehr ähnlichen grafiken und du findest dich einig wenn du einen kennst auch in den anderen beiden relativ gut zurecht da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und habe mir noch ein paar sachen mal so angeguckt aber das ist jetzt keins wo ich jetzt jede funktion mehr angeguckt habe und ja also es ist ich sage dazu denn es ist ein sehr unaufgeregtes neues release weil es sich optisch und auch von von den anderen punkten eigentlich nicht viel getan hat der unterbau ist jetzt anderer von ubuntu 2204 es ist jetzt 24 04 und es sind viele detailverbesserungen die man allerdings nicht wirklich wahrnimmt also die auch nicht stören also das finde ich eigentlich immer eine tolle sache es macht keine großartige arbeit man muss sich nicht umgewöhnen es ist quasi so wie vorher bloß ein neuer und das kommt in dem video auch so rüber ich also es ist jetzt nicht ein kurzvideo aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig langweil das meiste davon lässt sich nicht wirklich zeigen ob die jetzt die bibliothek xy durch die andere ersetzt haben das ist für euch als endanwender oder einfache nutzer wahrscheinlich total irrelevant also es funktioniert so wie es soll missionen erfüllt aber für die entwickler ist es natürlich eine toll das einmal so zu präsentieren in so einem changelog und es kann vielleicht auch lange dauern sowas zu implementieren aber man sieht es häufig ja nicht weil es unter der haube ist von daher ist in dem video auch jetzt nicht so viel kleinkram zu sehen weil es zum glück auch nicht so viel zu sehen gibt was man ja zu zeigen könnte ja das ist mir auch aufgefallen dieses aktuelle linux min 22 release ist spektakulär und spektakulär das das soll jetzt nicht abwerten klingen letzte woche hat man ja schon mal die einordnung in klassische charakter charakter ausrichtung und ja linux mint bleibt das wirkliche neutrale du machst absolut nichts verkehrt damit es hat aber auch nicht wirklich ecken und 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 kann das funktioniert einfach aber es ist jetzt auch ja es ist dieses wenn wenn du linux ausprobieren möchtest sagt man inzwischen nicht mehr ubuntu sondern linux mint das hat linux ja schon im namen das ist einfach zu merken das stimmt ich habe am dienstag nach einer runde gaming noch auf ein video von kreativ ecke reagiert der hat nämlich mal wieder gaming auf linux ausprobiert und nämlich auch linux mint ausprobiert leider gottes war es noch 21 hier also das alte release vermutlich hat das ein bisschen lange in der produktion gebraucht oder was jetzt produktion aber das das erschreckende war ich habe ja auch lange linux mint benutzt und ich habe mir das im video angeguckt und so für mich gedacht als wäre ich nie weg gewesen also es ist halt immer noch dasselbe und es funktioniert halt immer noch genauso gut das ist unglaublich das ist das das benutzerfreundlichere eingerichtetere debian so meiner meinung nach ja also es fällt sehr fertig aus der tüte und bei bei debian ist es zum teil so ein bisschen rudimentär also da musst du noch ein bisschen desktops oder obwohl muss man das es kommt darauf an was für ein typ du bist also vielleicht bist du auch mit dem was bei debian selbst schon aus der tüte fällt zufrieden aber ich denke mal viele werden ein bisschen nach installieren hier und da mal vielleicht farben ändern oder irgendwas und bei linux mint da haben sie schon so ein komplett paket daraus gemacht wo das so aussieht wie das linux mint projekt das meint dass es auszusehen hat ja ist natürlich auch immer geschmacksfrage wenn du das nicht magst wie die das gemacht haben dann fummelst du auch dran rum aber insgesamt auch von der auswahl was mit installiert wird ist es einfach schon fertiges rundes paket nicht mal neue wallpaper gibt es im neuen linux mint wird geschrieben das ist aber schrecklich ist das so ich habe keine ahnung wenn ich ehrlich bin ich also ich hätte jetzt gedacht es gibt was neues dabei aber du hattest es quasi ja auf dem offenen test stand da hätte man ja gucken können ist jetzt aber nicht standardmäßig aktiv aber ich denke mal irgendwas neues oder keine ahnung aber noch mal ganz kurz zurück du hast vermutlich schon ganz lange kein vanilla xfce desktop mehr installiert oder also den passt du dir garantiert an es sei denn du bist so hardcore verliebt in die alten zeiten dann behältst du das ich überlege gerade irgend auf irgendeinem entfernten rechner habe ich sowas drauf also greife ich über x2go drauf zu aber hm was ist denn das also es wird geschrieben es gibt neue wallpapers ja okay ja also macht sein dass ich da ein bisschen mit dir dran rumgefummelt habe kann kann schon sein oder vielleicht habe ich es einfach so gelassen wie es da war weil weil es mir eigentlich egal ist hauptsache ich kann irgendein programm in dieser grafischen sitzung starten und der rest ist mir total egal bei linux mint fällt es hübscher aus der tüte ja aber ich kenne keinen der sagt linux mint das ist äh das muss man denen zugute halten das ist ein gutes beständiges benutzererlebnis ohne ecken und kanten das das funktioniert das hat so den ja klassischen windows 7 windows xp bedienkonzept bleibt es treu mit der taskleiste unten menüs unten links ähm menü sieht dann auch so ähnlich aus wie bei xp schrägstrich 7 das das kennen die leute das holt die leute ab da kommen die leute schnell rein wenn man jetzt hier vielleicht mit gnome anfängt und dieser übersicht das das verschreckt vielleicht leute muss man auch so sagen also der beste startpunkt in so eine linux reise ist finde ich immer noch linux mint was war denn bei dir hattest du irgendwie ein top thema vielleicht in einem von deinen streams ja wie gesagt ich habe auf linux mint reagiert beziehungsweise kreativsecker seine gaming erfahrung das das war so quasi als abschluss von dem gaming stream am dienstag ansonsten letzte woche was war letzte woche ich merke mir das immer nicht ich habe da auch das video dummerweise versehentlich ausgeschmissen okay ja von daher was war denn da was war denn da was war denn da weiß das vielleicht jemand war jemand dabei ich weiß es nämlich nicht mehr also du hast nicht weiter irgendwie firewall rumgeschraubt oder sowas noch nee 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 doch 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 jetzt ich habe mir quasi eine neue docker ui angeguckt das fand ich sehr spannend so als als konkurrenz würde ich es gar nicht wirklich betiteln zu portainer sondern eben das projekt nennt sich dock dockage also aussprache verrückt wie 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 schlecht geschrieben also d o c k g e also versuch das mal vernünftig auszusprechen dock dockage dockage es ist einfach es funktioniert aber sehr sehr gut für das was es ist es ist eigentlich so eine übersicht über einen docker host wo wirklich nur mit docker compose stacks gearbeitet wird das funktioniert sehr sehr gut was mich überrascht hat und warum ich es übernommen habe also warum ich es weiterlaufen lassen habe es kann aus einem docker run befehl dir sofort ein funktionierendes docker compose file transkriptieren weißt du so oder umwandeln einfach so finde ich sehr sehr gut für den arbeitsalltag manchmal findet man ja nur irgendwelche docker run befehle noch in irgendwelchen dokus und da ich es ganz gerne reproduzierbar habe in eben docker compose files oder ähnlichem ist das ein richtig nützliches tool wo ich mich nicht immer selber erwischen muss ach jetzt musste ich hier auf dem zweiten monitor nochmal docker compose dass die doc seite offen haben weil jetzt wie war denn das mit 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 hostnamen angeben das tust du bei dockage einfach einkopieren sagen mach mir da draußen compost file und dann kriegst du dein compost file das ist da wirklich super deswegen benutze ich es noch und die ui ist deutlich aufgeräumter also portainer ich weiß nicht ob du es kennst funktioniert funktioniert gut übersichtlichkeit ist so ausbau würdig wenn man sich einmal eingearbeitet hat ja dann ist da aber für mal so einen wirklich schnellen blick ohne oft drin zu sein finde ich dockage besser weil das ist derselbe ähm Entwickler der auch uptime kuma für service monitoring gemacht hat der hat sich ähm dort einfach den 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 style oder des wie nennt man das das ja doch den style quasi eins zu eins ähm ähm kopiert und das hat immer sehr sehr gut funktioniert also von daher übersichtlich funktional was halt doof ist ähm in meinem homelab habe ich ja homepage als quasi übersichtsseite für alles portainer kann homepage ansteuern und sagen immer rudimentäre infos also wie viel container laufen welche sind gestoppt das gibt es natürlich für dockage noch nicht weil das ja eher noch so ein so ein underdog ist sagen wir es mal so da war einfach noch nicht irgendwie die nötigkeit da was zu implementieren deswegen werde ich es vermutlich nur wirklich erstmal benutzen zum umwandeln von docker run befehlen also geheimtipp wer docker run befehle hat und daraus ganz gerne ähm docker compose files machen möchte dockage steht auch nicht als feature irgendwo drin auf der seite das das habe ich auch einfach so gefunden das das ist richtig wild ich kann mal gucken ob ich es hier nebenbei aus finde du kannst du sonst auch noch mal die den link da reinschmeißen zu dem projekt ja ja suche ich ja gerade achso ok ok das ist genau das was ich meinte dass ich machen wollen würde ok ok ja mhm deswegen einmal hier und natürlich noch einmal müsste ich es überall erwischt haben genau ist geheimtipp ist aber wirklich darauf beschränkt nur docker compose einzelne docker container außerhalb von compose geht gar nicht also registriert er gar nicht ist gar nicht dafür gemacht aber man muss ja nicht immer die eier legen obwohl mich sauf für alles haben das wäre zwar schön aber achso hat er jetzt meinen geblockt bei dir oder ja ja genau darum habe ich mir den nochmal kopiert und eingefügt ok ich habe mich gerade gewundert ja ja also sobald das irgendwie nach link aussieht sagt youtube hat ja eventuell auch gute gründe ja genau jetzt muss ich erstmal habe ich so lange geredet habe den chat vernachlässigt da war relativ viel bewegung drin also unter anderem dass linux mint auch irgendwie wie kde plasma aussieht so ein bisschen ähnlich ist ja naja ich frage mich bis heute warum sie die kde version an akta gelegt haben die habe ich damals übrigens benutzt als ich linux mint hatte ja also mit ich habe alle drei ausprobiert kde hatte ich am längsten zum schluss hatte ich cinnamon dann hatte ich mit cinnamon einen doofen fehler beim desktop rendering im stream das war damals ein problem von cinnamon von der version und dann habe ich mir wieder was anderes genutzt bin dann zurück zu bunt es ist verrückt ach so ja genau marcus und ingo ist abends ja auch drauf mittendrin geschrieben dass das um entwickler von ab dem kummer ist genau 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 am ok jetzt auf dem aktuellen stand hier technisch ich möchte ja kein jahr genau über über lesen oder um kopf stoßen was hatte linux mint damals für ein kde noch war das vier hatten jedoch bestimmt oder damals war es noch die dreier version die vierer version haben sie irgendwann sehr zeitig ich glaube an vier haben sie sich nämlich nicht mehr herangetraut ich glaube mit vier 2000 15 grob haben sie es dann eingestellt die kde version und ich glaube die die kapazitäten die sie mit der geschichte haben haben sie dann in linux mit debian edition investiert was auch nicht verkehrt ist muss man ja auch sagen also ich sehe jetzt gerade linux mint 18 ist noch mit kde obwohl da passieren die das nach also da steht plasma 5.6 aber das ist ja quatsch ne das kann gar nicht sein welche ki hat diesen artikel geschrieben ja der autor heißt jürgen oder der ist einfach drüber würde der autor jetzt einfach kilian heißen dann wüsstest du dass es von der ki ist wegen ki ligan ja genau oder kira ne aber das kann ich dir wirklich nicht sagen da haben wir den den linux mint spezialisten mal wieder nicht im boot hast du ihm ja auch so ein bisschen das das hast du ihm da so ein bisschen das wasser abgegrast abgegrast ja abgegraben mit dem video oder hat joe jetzt noch mal zusätzlich ein eigenes video gemacht ja eigentlich so eine vorab version hat er sich doch mal angeguckt oder das mag sein also was er zum veröffentlichungszeitpunkt rausgebracht hat ist wie man erste schritte macht also so grundzug vereinsteiger linux mint 22 das hat er gemacht von daher also ich verweise auch in meinem video na also wenn ihr es genau wissen wollt guckt euch das da mal an ansonsten ja wenn ihr damit zufrieden seid dann seid ihr damit jetzt zufrieden was ich gemacht habe aber ja also er macht ja eigentlich zu jedem neuen linux mint ubuntu und debian vielleicht auch so ein einsteiger rund um video mit allem möglichen was neues und so ich frage mich immer die frage stelle ich mir öfter und kann sie nicht so wirklich beantworten mx linux und linux mint machen irgendwie exakt dasselbe warum ist mx linux um so viel verbreiteter als linux mint also beides geben eine distribution mit einem fertigen konzept raus auf einer sehr stabilen basis mit zusatzprogrammen die ja das alltägliche leben und administrieren dieses systems dann doch erleichtern ich habe mir damals mx linux die aber welcher version sind wir gerade die auf debian 11 basiert hatte also die vorgängerversion da war das coole wenn das einmal eingerichtet ist kannst du aus diesem system quasi ein live iso erzeugen und mit diesem live iso dir den nächsten rechner installieren was auch sehr sehr cool ist also wer mal ganz schnell sich irgendwie eine angepasste linux distribution basteln will der kann das mit mx linux machen man hat aber das problem dass immer noch alles unten drunter mx linux ist also schnell fertig angepasst für gewisse zwecke kann man das dann quasi handhaben das fand ich eigentlich sehr sehr brauchbar aber ich weiß bis heute nicht warum mx mehr verbreitet das also guten job machen eigentlich beide die größere verbreitung warum meinst du dass es größer verbreitet ist gut verändert schreibt auch gerade die die frage ich gehe von den klicks aus auf distro watch und ich glaube das war ja relativ eindeutig oder wenn ich da jetzt falsch und nie gar nicht mal okay aber es ist seit ewigkeiten die nummer eins aber wo bei distro watch ich gehe jetzt mx ist vorne es stimmt es wirklich vorne ja das war es schon seit ewigkeiten okay ja also so ist es mit den blasen also ich hätte jetzt gedacht dass es eher sowas was sehr wenig verbreitet ist was aber eine sehr treue fangemeinde hat aber der eine doch sehr kleine und vor allem auch nicht einsteiger und umsteiger aber keine ahnung also ich klicke mich gerade durch ich bin jetzt bei 219 immer noch mx vorne jetzt habe ich gescrollt das war schlecht da ist jetzt die aktuelle zahl manjaro war 18 ja ja erst 18 kam dann der große sprung für mx linux vom vierten platz auf den ersten interessant und mint gefühlt die ewige nummer zwei ist ja jetzt nichts schlechtes man merkt irgendwie das konzept ist rund aber das sind dann halt auch so manchmal fragen die man sich dann so so mittendrin stellt so bei alltäglichen sachen beim abwasch machen oder irgendwie so haben mir so eine sacken im kopf warum ist denn eigentlich mx linux gerade da wo es ist hm da könnte man jetzt so richtig investigativen journalismus betreiben und das versuchen auszufinden oder einfach wild spekulieren wie jemand anders das gemacht hat also es auf nummer eins wegen der clickboards könnte natürlich auch sein boah dass der dass die ein besseres skript als die leute von linux mint haben kann auch sein wer weiß möglich ist alles also von daher ne hausaufgaben fürs nächste mal schreibt ein super clickboard und bringt irgendwas total unbekanntes nach oben zum beispiel das haben wir auf dem letzten platz aria nie gehört bringt mal aria linux auf platz eins ja na von hundert auf eins in einer woche das ist doch mal was oder in zwei wochen das kann man sich gut bezahlen lassen denke ich mal ich weiß nicht ob die was dafür zahlen würden aber vielleicht ich bin mir halt nicht sicher also es wurde gerade so geschrieben weil es leichtgewichtiger ist du kannst es natürlich auf älteren systemen mit verbreiten und immer noch eine gute benutzererfahrung quasi generieren damit sind wir aber schon oder sind wir noch an dem punkt wo sowas ins gewicht fällt also ich sag mal noch so vor ungefähr so zehn jahren da hat das desktop environment doch relativ viel ausgemacht jetzt so aktuell also selbst nen kde ist inzwischen so angepasst dass es dann doch wirklich eine richtig gute benutzererfahrung raushaut auf auch schwächere hardware also ich bin ja jetzt eher so ein bisschen dabei kde ein bisschen intensiver zu benutzen sowohl als auch auf potenten und nicht so potenten rechnern bis jetzt habe ich da noch keine wirklichen erzögerungen oder oder große lags gefunden also selbst auf einem einfachen notebook dieselben desktop effekte wie sie auch auf einem großen rechner habe also ist jetzt so meine erfahrung also ist wirklich nur an der desktop environment glaube ich fast nicht mehr heutzutage zumindest also ich glaube da ist das drumherum was was dem benutzer mit an die hand gegeben wird dann doch schon viel viel ja wichtiger was was das angeht also ich versuche gerade mal rauszukriegen was so die minimalanforderungen für mx linux sind ich glaube das steht irgendwo bei downloads bei denen also bei linux mint steht zwei gigabyte ram braucht man dafür 20 gigabyte festplatte und braucht man zwei eine zwei kern cpu also das ist schon ziemlich niedrig wo wobei es linux mintia bloß als 64 bit variante gibt wenn man jetzt wirklich noch ältere cpus hat die bloß 32 bit unterstützt dann wird man damit ja sowieso nichts mehr und dann kann man natürlich mx linux nehmen oder auch direkten debian das gibt es ja auch noch für 32 bit aber von den grundlegenden anforderungen ich gucke gerade ich glaube wir überlasten gerade alle die mx linux seite ich versuche gerade die seite zu öffnen irgendwie dauert das bei mir ja ewig ich hatte die schon mal geladen so also ich gehe mal auf herunterladen und mal gucken ob da was steht torrents wie man ein usb stick erstellt lohnt es sich denn noch irgendwas mit 32 bit ja wüsste ich jetzt auch nicht eine raspberry pi vielleicht also was heißt lohnt sich also das kommt ja darauf an was man vorhat wenn also neu kaufen kann man sowas wahrscheinlich nicht mehr aber wenn man jetzt noch irgendwie laptop oder sonst irgendwas rumstehen hat und der noch gut genug ist dafür ist es ja immer sinnvoller eine alte hardware weiter zu betreiben als wegschmeißen neu kaufen also vom umweltgedanken her ist es immer besser das weiter zu betreiben wenn es noch den zweck erfüllt also warum nicht dann für die meisten anwendungen ist es egal ob das jetzt 32 bit oder 64 bit ist also es gibt natürlich anwendungen wo es einen unterschied macht aber das übersteigt sowieso diese diese leistungsklasse also keine ahnung 3d rendering oder virtualisierung im größeren umfang oder sowas das funktioniert darauf eh nicht mehr aber so standardmäßig texte schreiben im internet obwohl also viele browser gibt es ja auch noch als 64 bit vor gebaut aber firefox müsse mit dabei sein und so ein chromium denke ich mal bei dem mx linux auch mit dabei so sollte gucken ach hier nochmal von hast du was gefunden ne 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 nochmal von marcus und ingo mit dockage und dem docker agent habe ich mir angeguckt habe ich für nicht gut befunden zu dem stand wo es jetzt ist ich weiß nicht kennst du die möglichkeit also du bist ja eh hast ja schon mehrfach gesagt jemand der nicht docker aktiv nutzt oder container im allgemeinen dementsprechend wirst du ja auch glaube nicht wissen dass du mit einer portainer instanz als ui viele endknoten ansteuern kannst da gibt es nämlich den portainer agent der ist eleganter meiner meinung nach abgesichert wie der jetzige stand bei dockage beim portainer agent tust du einen container auf dem zielsystem was du verwalten möchtest starten das kann sich einmalig mit deiner instanz verbinden also einmalig bedeutet einmal ist es möglich mit dieser instanz quasi eine verkettung oder eine verbindung aufzubauen und diese verbindung ist dann nur noch zwischen dem bei möglich ist es dann unmöglich dass dann jemand von außen auf diesen agent nochmal drauf kommt bei dockage ist es leider gottes noch sehr rudimentär da tust du quasi auch nochmal dockage deployen dort hast du ja quasi die möglichkeit dich einzuloggen über benutzer name passwort und das ist quasi für mich ein bisschen ungünstig oder noch zu unsicher gewesen weil ich würde dann quasi mein web server damit verbinden und dort quasi noch mal ein einfallstor zu haben wo man quasi reinkommt über benutzer name passwort ist jetzt auch sehr sehr negativ gedacht also bei so einem 32 stelligen alphanumerischen mit sonderzeichen passwort ist das relativ schwierig gerade wenn es dann noch mit fällt wann oder weiß der geier noch was absichern möchtest aber ist mir zu zu offen deswegen ist es für mich erstmal nur auf der beobachtungsliste und noch nicht mein mein haupt mein haupt ui aber ich beobachte das wenn nämlich dieses feature irgendwann käme dann würde ich zu dockage aktiv wechseln weil ich habe ja eh nur noch compose ich möchte ja gar nichts mehr mit docker run befehlen machen ich möchte das ja alles reproduzierbare dateien haben nur noch mal kurz zu marcus und ingo zurück dass in agent habe ich mir angeguckt dass oder eben die nicht vorhandenen agent sagen wir es mal so fand ich dann doof hast du zufällig systemanforderungen schon ausgefunden ja habe ich gefunden stehen wirklich in dem handbuch drin das handbuch gibt es übrigens auch komplett auf deutsch und da steht drin dass man eine moderne 86 intel oder amd cpu braucht ein gigabyte ram und sechs gigabyte freier festplatten speicher ist durchaus weniger als gedacht das ist also es auf jeden fall und also es ist auch das aktuelle handbuch ja also könnte sein dass es wirklich funktioniert oder vielleicht haben sie es nicht angepasst als sie die neue version gemacht haben das ist wirklich ziemlich wenig eigentlich und das ist natürlich immer abhängig davon was man mit dem system macht wenn man jetzt mit größere bilddaten bearbeitet muss das ja alles in arbeitsspeicher entpackt werden und ja also es braucht halt mehr ram also mit einem gigabyte wird man in vielen dingen auch nicht mehr richtig froh ja manchmal ist das so aber zumindest gefühlt war das immer so was die 32 bit version auf dem raspberry pi immer noch so ein bisschen spritziger unterwegs war ich weiß gar nicht mehr ob es aktuell so ist weil alles was ich jetzt benutze aktiv ist eine 64 bit version weil meine nas und die auf dem raspberry pi basiert acht gigabyte ram hat weil das weil ich dann das modell noch günstig geschossen habe bevor ich hier dass das das große c und der tsmc absauf vorfall die preise so nach oben geschossen hat aber es ist eine gigabyte version lohnt sich doch das 64 bit geschehen die 64 bit version mehr als die 32er also wie wäre noch mal interessant rauszufinden also wieder richtung forschung benchmark wissenschaft dass man mal guckt wenn man jetzt dieselbe anwendung drauf installiert die gibt es ja über dieses raspberry pi os in 32 bit und 64 bit variante also das os gibt es selbst ja auch als 32 oder 64 bit und wenn man dann einfach mal versucht so benchmark drauf laufen zu lassen ich habe spaßes halbe mehr auf dem p 400 die ist wo diese tastatur also wo das alles in der tastatur drin ist mal blender drauf laufen lassen habe dann eine testszene rechnen lassen mit den vier internen cpus und wenn man jetzt dasselbe einmal macht mit der 64 bit version von dem raspberry pi os und mit der 32 und einfach mal guckt wenn man das jetzt durch rendern lässt es dauert vielleicht zwei stunden drei stunden oder so und ob das eine jetzt vielleicht ein tick schneller ist als das andere wäre interessant herauszufinden ob das irgendwelche unterschiede macht oder ob das so ein bisschen rauschen ist oder so unterhalb der wahrnehmung schwelle also ich denke irgendeinen kleinen unterschied wird es wohl schon machen aber rendern dann so die richtige aufgabe dafür ist es dann auch immer noch fraglich das stimmt oder so ein apache und dass du dann einfach mal netzwerk traffic drauf machst oder wie gibt ja viele sachen die man so automatisieren kann es gibt ja auch also es gibt ja auch wirklich solche benchmarks dafür die ein sehr breites spektrum an aktivitäten abdecken also ja ich hätte da wirklich eher rudimentärer getestet mit dem iparth mal geguckt wie die netzwerk performance ist ob man es daran sehen kann wenn er dort zu arbeiten hat oder einfach mit einem die die schreibprozess vielleicht unterschiede messen kann das glaube ich eher weil so ein rendering naja wie gesagt aber es gibt ja auch wirklich wie du gesagt hast so automatisierte test oder benchmark szenarien aber ja wo sind wir denn jetzt eigentlich falsch abgebogen dass wir irgendwie ganz krude jetzt bei 32 bit system gelandet sind von mx linux sind wir gekommen und davor von linux mint und von ja das ist ja das feine wir haben heute abend kein wirkliches programm vor uns da gab es von wer war das jetzt noch a punkt e punkt hat über linux guides de live noch den link gepostet der woanders natürlich nicht zu posten ist und da gibt es noch ein anderes distro watch project ranking und dort sieht das anders aus das ist naja da ist es gerankt das ist so mit bewertung genau das ist auch hochinteressant dass da bald linux auf der eins ist antics auf der 2 auf der drei das verwundert mich eigentlich nicht ich hätte sogar artics ist auf der zwei nicht antics also ein ein handstöckchen weniger hat es artics was das alles gibt das kenne ich noch nicht mal das ist ein ein fork von arch open rc also das wäre ja noch was für jong wenn er in der weihnachtszeit nichts vor hat dann macht er 24 distributionen die er sich anguckt letztes jahr hat er ja das gemacht hat er sich wirklich 24 tage lang jeden tag eine distribution angeguckt und video zu gemacht er war ganz schön am rudern nicht nur am gar hundern sondern am rudern um diese videos zu machen ja also da bei diesem ranking gibt es insgesamt 29 stück und da sind sie sehr viele nicht so ja also nicht so bekannte bei also das idee voran ist auch mit dabei und qv os mageia und arco linux garuda ist auch dabei und so weiter und so fort ja das dreht das alles noch ein bisschen oben aber für einen neu benutzer so es ist jetzt zwei blick blick richtung der der durchschnittliche distro watch user ist ja schon an dem punkt wo er vermutlich deutlich mehr erfahrung mit linux hat da ist ja die dieses ranking hier mit der durchschnittlichen user bewertung deutlich aussagekräftiger für den versierten nutzer würde ich jetzt mal sagen für den einsteiger beziehungsweise für den erst zwei dritt viert kontakt klar finde ich die auf der hauptseite deutlich aussagekräftiger und dafür ist ja und muss ja die leute erst anfixen sage ich mal so und da ist halt mx und und linux mint wirklich prädestiniert für also das sind jetzt zwei verschiedene blick richtung das ja aber auch diese von ae ist definitiv nicht verkehrt aber da muss man halt bedenken dass das sind jetzt zwei verschiedene blick richtung eine seiten aufrufe was so die allgemeinheit wo vermutlich sehr viel erst benutzer drin sind deshalb das was man sofort sieht und dann halt wirklich was die benutzer an bewertung abgeben das sind vermutlich diversierteren die wirklich wissen oder das besser abschätzen können für wasser gerade punkte geben für die benutzbarkeit für die stabilität und ich habe da noch kein ranking abgegeben ich weiß nicht mehr was man ranken kann ja aber das muss man differenziert betrachten aber es ist genauso interessant also ist ich bin jetzt gar nicht auf die idee gekommen dass man so um anzuordnen ist ja gut man lernt nie aus ja wobei da ja auch in dieser liste dinge drin sind die auch keine allgemeinen distribution sind sowas wie tun das das ja hat ein sehr speziell umrissen den einsatz zweck im gegensatz zu den generalisten mit denen du auch nass system bauen könntest aber du kannst damit in server betreiben also sondern allgemein vielleicht web server datenbank oder du hast da eine desktop umgebung drauf und das kriegst du bei truenass obwohl das könnte man natürlich auch machen das frankenstein nass das wird so umgebaut dass nachher ein kde plasma 6.78 drauf läuft und dann haben wir dort ein desktop drauf obwohl es so nicht gedacht war aber ja will man das nein das will man nicht aber man könnte es trotzdem so wie bei unserer halloween folge die wir ja gemacht haben mit dem frankenstein linux genau das ist ja schon oder mehr als ein jahr her ich weiß nicht werden es doch auch irgendwann mal letztens als thema von privat ja also das müsste ja im oktober letzten jahres gewesen sein also das war letztes jahr okay da gab es ja schon die kai bilder und das war ja letztes jahr mit den pinguinen grusel pinguinen genau mit dem frankenstein tux irgendwie was hatten ich habe so eine baustelle vor mir ich hätte ganz gerne meine nass verschlüsselt aber dadurch dass das auf dem raspberry pi ist der automatischen entschlüsselung über klebes und tang dass das fällt irgendwie flach weil ich habe noch nicht so wirklich was rausgefunden wie ich klebes in im raspberry pi integrieren kann nur mal so nebenbei das ist oder allgemein erst mal irgendwie ich muss mal gucken ob bei open media wollt irgendwelche möglichkeiten der verschlüsselung sind ich möchte ein bisschen sicherer unterwegs sein das ist so weil wir gerade nass systeme hatten aber ich glaube selbst tuners und tuners scale ich habe es mir nicht angeguckt das war bis jetzt immer nie auf meiner to-do-liste drauf wie dieses dort mit der sicherheit der daten also verschlüsselung zum beispiel also für verlust raub oder fremdzugriff der an der hardware sich schützen ob das überhaupt bedacht wurde das schwebt mir seit kurzem so im kopf rum das muss ich dann auch mal irgendwie angehen aber ja wo wollen wir als nächstes hin wir sind jetzt sehr allgemein gestartet mit was hatten wir die letzten wochen so themen technisch ich würde noch mal kurz was aufgreifen noch mal von ae kommt er hat noch mal einen weiteren link da reingeschmissen und man kann bei distro watch auch angeben dass man nur projekte auf gezählt haben möchte die nicht mehr betrieben werden und da kann man denn vielleicht auch mal sehen was es so alles mal gegeben hat vielleicht erkennt man irgendwas noch mal wieder aber jetzt beim schnell durchblättern ist mir da eigentlich nichts aufgefallen was ich irgendwann mal irgendwo gesehen habe aber durchaus interessant also was ist für eine gewisse zeit schon mal gegeben hat was aber einfach nicht mehr vor flash linux nicht ich dachte schon flausch linux nein also was es alles gegeben hat also genauso wie es ständig neue distributionen gibt von einem einem entwickler oder von ein paar wenigen die es für eine gewisse zeit gibt und die projekte schlafen dann wieder ein da gibt es dann mal so lässt du wo viele von denen drin stehen und es sind gerade wenig die einfach wieder eingestellt worden sind ja gut okay interessant ist ja meistens so ich bin hier gerade über plop linux gestoßen das ist auch plop das ist so wie pop os sondern aber mit plop os genau auch ganz wild gut so dann du wolltest irgendwo anders hin du wolltest ein neues thema anschneiden habe ich das richtung thema ja ja richtung thema hast du was auf dem notizzettel oder ich habe wieder naja also der also ich habe ein paar sachen drauf die jetzt aber auch alle nicht so wirklich vom hocker reißen sind letzte woche hatten wir ja mit dem crowd strike nämlich letzte woche also in der letzten sendung hatten wir das ja schon wo uns darüber ein bisschen unterhalten haben sogar ein bisschen länger und da gibt natürlich nachfolgeartikel bei diversen medien und nachrichten und so weiter und so fort und so ein bisschen ist da rausgekommen wie das ganze funktioniert hat ließ sich so ein bisschen danach man man hätte es wahrscheinlich besser testen müssen bevor man es raus gibt warum haben die test methoden nicht funktioniert keine ahnung menge spekulationen dabei und auch ein gewisses maß an häme was man so in den kommentarspalten dazu liest und was ich aber noch interessant bei der sache finde ist mit dem wie also bloß artikel was ich so grob gesichtet habe ist dass ich nicht die die opfer von dem von von dem produkt irgendwie jetzt zu einer klage zusammengeschlossen haben sondern aktionäre die finden das gar nicht witzig dass jetzt diese crowd strike aktie doch deutlich im keller gegangen ist das stehen innerhalb von zwölf tagen ist der kurs um zwei und dreißig prozent gefallen ist nicht so toll und die wollen jetzt die firma crowd strike verklagen als aktionäre also als anteilseigner aber nicht diejenigen welchen die ausfälle hatten die doch relativ gravierend waren das wäre noch mal so als randnotiz dazu das ist alles irgendwie sehr surreal aber das hatte ich glaube schon gesagt also rechtlich gesehen wird es alleine dieser prozess noch jahrelang begleiten also das ist ähm wild nennen wir es wild nennt man das doch heutzutage ja kannst du keinem erzählen wenn es nicht real wäre ja woher also die 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 besten katastrophen schreibt ja noch die die wirklichkeit ja also es ist kein hacker film oder so irgendwas nein es ist es ist einfach so war ein update ja und wir haben letzte letztes mal auch so ein bisschen rum geblödelt wir haben ja gesagt ja clown strike und so wir waren wahrscheinlich nicht die ersten die auch diese tolle idee haben es es gibt dazu eine parodie also auch mit clown und strike und überhaupt und crowd strike hat versucht die zu verklagen und die seite runter zu nehmen aber die seite gibt es immer noch die heißt nämlich klauen strike punkt lol und ja da stehen auch so ein paar mehr oder weniger lustige an anekdoten und überhaupt dazu und ja also wir waren nicht die ersten oder nicht die einzigen je nachdem ich glaube nicht dass sie es von uns haben ich glaube das können wir uns jetzt nicht anheften dass wir die schöpfer von clown strike sind ich fand nur beeindruckend dass es lol als top level domain inzwischen gibt das ist auch so ein ding der weiß ich nicht da weißt du sofort was du kriegst du kriegst ja so ziemlich ist aber auch im zuge von punkt work oder business oder wie das ganze entstanden ist mit mit abgefallen date implemente 2. oder mai 2015 krass lol gibt es dann doch schon länger als gedacht der eine domain die man unbedingt braucht was es nicht alles gibt ja und hier von von unseren bremern kam was woran ich auch bei plop gedacht hatte flensburger os plop ja das ist ja ist ja schon wieder schleichwerbung hier ja wer weiß wie die nächste pop os version aussieht ob das nicht dann flop os wird hast du befürchtungen in der richtung ne eigentlich nicht also das was man jetzt so vom cosmic desktop in letzter zeit so hört die erste alpha ist quasi testbar das sieht alles schon gut aus ich habe nur so für mich so das gefühl dass es dann doch nicht mehr so meinem arbeitsworkflow entspricht und das ist dann vielleicht doch nicht mehr so das richtige ist wie schon gesagt habe mein test wird sein kann ich es upgraden hier auf der guten alten streaming maschine die gerade aktiv ist dann verliere ich nicht so viel zeit und daten oder einfach nur zeit daten verliere ich ja nicht dafür gibt es ja backups und kann quasi mit der neuen version weitermachen oder wird es dann doch nichts weil der cosmic desktop dann doch irgendwie nicht dem entspricht was ich gerade zurzeit so benötige kriege ich dann auf jetzt muss ich aufpassen pop os 24 4 ich hatte gerade immer noch flop os im kopf ich wollte es jetzt nicht unnötig verunglimpfen oder ja einfach nur plopp kriegt da vielleicht noch ein kde installiert der aktuell in der version wir auch im 24 4 repos ist wirklich meinen bedürfnissen entspricht beziehungsweise den ich da anpassen kann kriege ich das so hin dann bleibt das ganze so oder werde ich dann vermutlich auf debien wechseln weil inzwischen bin ich erfahren genug um mal neueren können und neuere grafiktreiber zu installieren weil was anderes außer ein stabiles system brauche ich ja nicht gefühlt zumindest also ich lasse es rankommen und entscheide dann ob es ein flop os für mich persönlich ist oder nicht aber in allgemeinen wird es kein flop also da sind sie erfahren genug ja also von daher das kriegt man alles hin beziehungsweise ich lasse es rankommen und entscheide dann für mich also wird spannend ja ja hast du sonst noch irgendwas ja wo ich doch gerade gesagt habe wird spannend letztens ein artikel gelesen dass man jarro linux auch jetzt auf den immutable zug mit aufspringen möchte wo ich mir so gedacht habe das können sie gerne machen böse zungen haben ja irgendwie behauptet es ist zu ruhig um man jarro geworden wo ich mir so denke eigentlich nicht also man jarro funktioniert doch also klar hatten sie ab und zu mal so so einer wahnwitzigen faux pas drin aber ich glaube so ein bisschen der basis geschuldet sind so faux pas ich nicht so ja leicht vergessen also ich rede jetzt mit ähm mit dem vorfall dass die ssl zertifikate für die man jarro ähm epos abgelaufen sind weil sie es verplant haben die zu erneuern und als erster fix war war die antwort oder war der workaround stellt doch einfach eure systemzeit zurück dann sind die nicht abgelaufen dann kriegt ihr jetzt noch updates wo ich mir so gedacht habe bei einer arch linux basis und vielleicht noch so ein paar arch linux usern die ja wirklich technisch immer das neueste und das eigentlich mit das beste wollen da war die heme gerechtfertigt muss man auch so sagen war nicht die beste möglichkeit aber man jarro an sich ist ja kein schlechtes system auch wenn es da ausrutscher manchmal gibt aber die haben ja andere auch ich sag nur debian mit nvidia ja und auch mit äh was da war da mit wayland in unstable dass das dass die sitzung reproduzierbar abstürzt irgendwas war doch da hatten wir letztes mal glaube ich auch schon kurz angerissen da war auch irgendwie was nee angerissen nicht im podcast das war hatten wir nicht so mal ähm ja aber dafür ist es ja unstable ja genau also selber schuld ja ja man darf es ja nicht wo wobei ich habe ja immer das tablet was ich sage das ist das einzige gerät wo ich wayland drauf habe da habe ich jetzt vor kurzem noch mal ein update gemacht ich habe mir vorher ein image gezogen von der eingebauten ssd damit falls es daneben geht denn das gerät ist auf unstable und dann habe ich das gemacht und es funktioniert also das haben sie schon wieder behoben aber bist du da direkt auf unstable also nicht auf testing ja 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 nee 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 also ich war sogar kurz davor auf experimental zu schwenken um zu gucken ob ich da diesen einen bug irgendwie wegkriege aber das hat mit irgendwie paketabhängigkeiten haben dann nicht geklappt von daher bin ich da wieder zurückgegangen aber ja nee das ist ein unstable gerät da kriege ich immer das neueste und instabilste von debian wobei das eigentlich ziemlich rund läuft bis auf diesen grafik bug der sporadisch auftritt aber wenn dann ja ist es halt zu spät dann kann ich den bloß noch runterfahren wieder hochfahren und dann sind die grafikelemente wieder da wo sie auch hingehören ja verrückt ja nee also deswegen um dass das jetzt manjaro sagt wir machen mit bei immutable damit wir wieder irgendwo im gespräch sind weiß ich nicht also haben sie eigentlich meiner meinung nach gar nicht nötig also manjaro an sich du hast es ja jetzt auch schon einmal auf einem raspberry pi zur virtualisierung habe ich so im kopf und dann hat das ist ja noch mal letztens mit ladybird mit ladybird genau es läuft einfach also du hast zugang zu wirklich großen auswahl an software einmal durch das arch repo arch user repository du könntest wenn du es wolltest flatpack oder wenn du ganz irre bist sogar snap aktivieren geht alles und das geht ziemlich schmerzfrei natürlich ist es jetzt kein klassisches arch linux sondern so ein ist es ist es ist es ist sommer man hört es man riecht es vielleicht auch so schlimm ist es noch nicht aber ja wenn die hier vorbei brettert kommen das ist immer sehr sehr spannend wo wollte ich darauf hinaus es ist ja kein klassisches arch es ist ja quasi so ein so ein das ist ja immer noch deutlich aktueller als so ein fixer debien stand und das funktioniert auch eigentlich gut also weiß ich nicht ob die mit solchen aktionen jetzt vielleicht sogar unnötig leute binden um wieder ins gespräch zu kommen also eigentlich haben sie es nicht nötig also meiner meinung nach also ja wenn es das immutable gibt kann man gerne mit auf die ausprobieren aber wie gesagt ob jetzt damit so ins gespräch wieder zu kommen eine gute idee ist wobei man das den ja eigentlich nicht unterstellen möchte aber irgendwie kommt es mir so vor vermutlich ist es einfach zu ruhig um manjaro geworden was ich nicht verstehe weil manjaro ist immer noch bei distro watch relativ hoch gerankt zumindest auf den seiten aufrufen klar die die hype zeit ist vorbei sagen wir mal so aber ist ja trotzdem noch in den top ten mit drin als ich den artikel gelesen habe ja kann man machen funktioniert zwar noch nicht alles aber ja mein gott eigentlich haben sie es nicht nötig mit so einer aktion sich wieder irgendwie in den fokus zurück die sind irgendwie noch im fokus aber egal das ist das zu manjaro was ich eigentlich sagen wollte weiß ich nicht es läuft einfach hast du gut zusammengefasst warum jetzt die kröte da binden weiß ich nicht also das ist auch wieder sowas relativ unaufgeregt also es ist darum wenn ich irgendwie was artschmäßiges haben will dann nämlich das weil es einfach funktioniert und das tut was man haben möchte ja und weil es einen noch ein bisschen drumherum sachen an die hand gibt das ist ja immer das du könntest natürlich auch ein endeavor os installieren bringt mir das irgendwie mehr naja du hast halt direkte arch repos angebunden aber du musst dann halt noch ein bisschen was nach installieren übrigens bei twitch kannst du einmal rausschmeißen ach hier den und den den mit dem link ja ja geblockt ist er schon ach so okay gut sind ja immer hier die 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 bots ja genau also bots könnt ihr machen beim ranking aber nicht in unseren streams ja joo wo dann wollen wir noch irgendwie was über eine stunde sind wir schon bei ja andere interessante artikel deutschland will open source betreuer besser unterstützen endlich habe ich mir so gedacht endlich werden die open source betreuer mal unterstützt im endeffekt um es mal kurz runter zu dampfen ist es in der regierung angekommen dass eine digitale souveränität nur dann funktioniert wenn man recht viel in der eigenen hand hat beziehungsweise überhaupt in die hand bekommt sprich open source einige projekte werden schon von der regierung unterstützt wie zum beispiel via guard curl und noch einige andere das möchten sie aber dieses jahr intensivieren was ich gut finde das kommt zwar alles ein paar jahre zu spät aber auf einem am boden liegenden soll man nicht weiter einprügeln sagt man doch so schön das wissen wir alle irgendwie dass das alles aus der regierung ein bisschen spät kommt finde ich aber es ist endlich mal wieder ein weg in die richtige richtung frage ist dann halt nur wann europa oder deutschland sagt wir auch mal kein windows mehr weil was mit unseren oder weil die agbs gar nicht irgendwie konform gehen mit uns wird auch mal interessant ja 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 also das ist sowas wo das tiefe seufzen wieder anfängt nach dem positiven ton den du gerade eben angeschlagen hast also das ist wieder der stimmungsdrücker zum ende also es ist gut dass das gemacht wird also da aber das ist ja wiederum ein relativ kleines projekt was auch bloß andere kleinere projekte unterstützt das ist ja nicht wirklich so viel ähm im umkehrschluss also so ein bisschen was in diese themenrichtung habe ich da auch noch gefunden bei golem gab es mal mal wieder was die machen meistens auch relativ ganz gute ähm ja berichtet zu sowas also gute artikel dazu und da gibt es kurz zusammengefasst also den das phoenix projekt hatten wir glaube ich schon irgendwann mal es kommt von erst mal von dataport das ist so ein zusammenschluss von verschiedenen ländern also nördliche länder die sie zusammengeschlossen haben und da gibt es den dataport ist eine anstalt öffentlichen rechts also das ist irgendwie so ein zwischending zwischen behörde und normaler wirtschaft irgendwie so dazwischen für die leute die sich mit sowas nicht wirklich auskennen so wie ich wie wie das jetzt so rechtlich und überhaupt so ist und die wurden beauftragt eine online plattform mit auf der man zusammenarbeiten kann aus open source komponenten zusammenzustellen also damit hinterher so eine alternative für die microsoft produkte wie teams dabei rauskommt dass eine videokonferenz drin ist dass man gemeinsam dokumente bearbeiten kann und das ganze grundlegend auf open source komponenten da ist denn jitsi drin und matrix glaube ich und alles was man irgendwie so ein bisschen kennt sollte da so zusammengeschnürt werden und zusammengepackt werden so dass man das woanders auch betreiben kann oder das dataport selbst das hosting in eigenen rechtszentren übernimmt dass man da in richtung unabhängigkeit digitale souveränität und unabhängigkeit von usa gehen könnte das ist irgendwie so ein bisschen stecken geblieben aus verschiedenen gründen ja guck gerne bei golem nach da gibt es ein artikel dazu und das nachfolgeprojekt im geiste was wirklich open source machen möchte im gegensatz zu dem was dataport machen wollte die wollten teile auch geheim halten von daher es wäre niemals ein richtiges open source komplett paket aber rausgekommen auch wenn viele teile natürlich frei sind und zendes das ist zentrum für digitale souveränität die machen jetzt seit ungefähr zwei jahren open desk was die reste von dem dataport zusammen nimmt aber das so aufbereitet dass es sich wirklich woanders installieren lässt und die müssten jetzt mit deutlich mehr aus kommen als also im moment deutschland ist pleite also es ist pleiter als pleite als es jemals war von daher wurden auch die mittel dafür zusammengestrichen 50 millionen waren eigentlich für 50 millionen waren eingeplant davon sind noch 25 übrig und irgendwo anders hatte ich gelesen das ist ein das kommt ja gar nicht hin nur ein zehntel von von dem was man für proprietäre lizenzen im jahr ausgibt naja also von daher der stellenwert von digitaler souveränität ist in deutschland nicht wirklich groß das sieht man allein an den summen was dort gemacht wird wie da auch gelder schon schon für dinge investiert wurden wo hinterher kein open source rauskam wo man auch wieder mit open source komponenten ein geschlossenes produkt gebastelt hat was dataport bloß noch selbst anbieten wollte als als service und so und naja das ist alles nicht so hundertprozentig super gelaufen und von daher hoffe ich dass open desk jetzt wirklich das wenige geld was sie dafür haben wirklich sinnvoll in etwas investieren wo hinterher auch wirklich was rauskommt was man benutzen kann dass wir auf in dem bereich vielleicht noch mal ein bisschen weiter kommen wäre schön müssen wir gucken was da wirklich passiert der dämpfer zu dieser stunde ja aber selbst wenn es ein dämpfer ist es ist ja immer noch ein anfangen auch wenn er jetzt nicht mit mit vollgas passiert was natürlich ärgerlich ist ja muss man immer so sagen und daher ja dann noch ein bisschen lokal ist dazu also bei unseren kilo open source und linux tagen wird es auch in der richtung vorträge geben also nicht zu dem dataport bereich sondern zu anderen wo wirklich dinge im im land dort passiert sind ich hoffe da erfahren wir noch mal ein bisschen mehr was man vielleicht so auch noch nicht so hundertprozentig irgendwo anders gelesen hat könnte noch mal spannend werden also wir haben da einige kandidaten die auch aus den fachbereichen oder aus aus diesen bereichen da kommen die was dazu sagen können schon mal open desk angetestet war noch eine frage bei youtube also ich habe es nicht angetestet denn in einem anderen artikel hatte ich gelesen dass man dafür ein kubernetes cluster braucht also da gibt es auch skripte oder wie auch immer es da heißt so dass man das auf einem eigenen klammer klaster installieren kann da wird es in helden chart dafür geben also das 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 docker kompost für kubernetes meistens ein helm chart obwohl ich wusste nicht genau was ich damit anfangen soll denn es gibt open code punkt de also open co de punkt de und das ist das wo die öffentlichen stellen ihren quelltext veröffentlichen so was gibt es zum glück und da gibt es auch für open desk was und da gibt es helm file und damit wird man das wahrscheinlich machen können und ach so und da steht auch drin woraus es besteht kollabora online krypte element intercom service keine ahnung jitzi irgendwas zu migrieren nextcloud open exchange open project und von juni menschen kommt was für nutzer authentifizierung glaube ich und x wiki das ist so dieses komplett paket was die daraus geschnürt haben und was man nur auf seinem cluster installieren kann steht da irgendwas von system voraussetzung also alles auf einer kiste wird sehr interessant gerade wenn du dann mehrere benutzer hast requirements ok ok mal gucken was sagt es so du brauchst ein cluster dann brauchst du helm in der version 3 9 0 und helm pfeil in einer versions nummer volume pro visioner supporting read write runs irgendwie ein zertifikat die achte und hardware da haben wir also du brauchst zwölf course also zwölf cpu kerne genau bloß 64 bit kein arm 32 gigabyte ram und festplatte oder ssd größer als zehn gigabyte klingt ja schon fast machbar klingt machbar jetzt ist halt nur die frage die 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 kerne und der ram auf wieviel notes verteilt das ist oder pro und also reicht für die auch ein single note cluster das ist übrigens das beste wort wo wo ich mir denke das ist so ein geflügeltes wort was mir öfter mal begegnet wo ich mir denke da rollen sich mir die fußnägel hoch das ist so wie serverless computing oder genau da ist auch immer so uselig also da also die hardware anforderungen sind auch für initial evaluation deployment also wenn du es mal so anfänglich ausprobieren möchtest ach so pro nutzer kommt dann noch mal ein bisschen ram und ein bisschen ja ja genau ganz schwierig sozusagen na gut dann dann 32 gramm wird da ein bisschen für vier accounts wahrscheinlich ja wer geht halt nicht mit keine ahnung also ist schon sportlich was sie geschnürt haben also die einzelnen teil komponenten großteil kannte man ja vom hören sagen und auch einiges davon hat mir schon mal irgendwo gesehen oder eine hand gehabt deswegen war das jetzt interessant was die so als voraussetzung haben das fand ich spannend also prinzipiell falls wir irgendwann mal sowas machen wollen würden ihr könnten wir das auch mal zusammen machen also du kennst dich da ja aus also für mich für das auch neuland mit kubernetes und so habe ich nie angefasst und naja also so ungefähr so und also zwölf kerne schaffe ich jetzt nicht aber 32 gigabyte ram da hätte ich ein gerät was ich da testweise verwenden könnte ein lustiger bastel stream wo hinterher alles kaputt geht und den rauch aufgeht oder so naja ich habe ja ich habe ja ich habe ja hier mein mein server im homelab ausgetauscht also der den ich quasi in rente geschickt habe der erfüllt das auf jeden fall der hat ja also acht kerne 16 threads das das sind ja quasi größer gleich 12 und 64 gigabyte ram aber der ist quasi schon nicht mehr nicht mehr da weil er quasi verkauft der ist schon quasi zur tür rausgegangen hat die tür noch nicht ganz geschlossen ja sozusagen aber ja den hatte ich ja interessanterweise noch mal ganz kurz darauf zu kommen der würde dafür gehen den habe ich ja so weit runter optimiert dass der nur noch mit so meiner täglichen default load die ich so produziere hier im homelab bei 30 watt läuft jetzt habe ich einfach mal spaßeshalber ich habe hier so ein mini pc zum home office arbeiten an meine messsteckdose angeschlossen kommt irgendwie nur so auf 10 watt habe dann noch mal eine ssd eingebaut damit ich quasi die exakt gleiche anzahl an verbrauchern habe wie ich theoretisch am server hätte dann bin ich bei 11 watt also habe ich noch mal ein bisschen geld in der hand genommen um quasi mir so mini pc mit einem weisen als acht kerner also 16 threads und 32 gigabyte haben ich brauche nicht mehr so viel ram wie vorher frag mich nicht warum ich habe auch mal aufgeräumt und der werkelt jetzt wunderbar hier im homelab das schöne ist alte festplatte aus dem alten raus in den neuen reihen ssd mit den mit mit den daten auch noch mal von a nach b geschoben das einzige wo er sich ein bisschen gerüttelt und geschüttelt hat nach dem booten war ein docker container bei mir läuft mit dem mac wlan netzwerk treiber und dadurch dass ich in der konfiguration noch ein interface namen hatte der auf der alten maschine vorhanden war aber auf der neuen nicht weil es da wieder durch die enps weiß ja was ich was ich meine also es heißt nicht mehr eta0 sondern anders beziehungsweise vorher hieß es auch schon nicht mehr eta0 sondern enps irgendwas hieß jetzt wieder anders deswegen muss ich das kurz anpassen aber das ist jetzt auch kein beibruch gewesen aber so habe ich halt mein komplette verbrauch dann doch noch mal gesenkt war ganz wild deswegen habe ich hätte ich theoretisch eine maschine wenn sie nicht schon wieder weiter verkauft wäre sozusagen um das mal zu testen aber lauf jetzt ein bisschen ja lastneutraler als vorher ich war erschrocken dass dass die dinger so im vergleich dann doch weniger verbrauchen wobei eigentlich nicht weil es ist ja ein notebook prozessor und der ist ja darauf ausgelegt möglichst energieeffizient zu laufen weil eigentlich soll ja der akku relativ lang halten ja so mein learning daraus kannst machen was willst beim desktop den kriegst du nie so sparsam wie sowas vergleichbares aber jetzt weiß ich aber wie man den desktop rechner energie effizient gestalten und anpassen kann das ist auch viel wert mal sehen was es mir in zukunft bringen wird vermutlich nicht mehr viel das wissen denn so häufig kauft man jetzt ja doch nichts neues eigentlich nicht ja gut hast du sonst noch was was du gerne also es ist es kam jetzt irgendwie spontan noch mal der der server tausch bei mir zu zugute war zum ins gespräch das reicht jetzt auch ja genau ja von daher war sehr interessant aber wieder komplett ungeplant und ungeskriptet und trotzdem sehr sehr lang und hoffentlich auch informativ geworden dementsprechend ich bedanke mich bei jedem der gerade aktiv im in den drei chats dabei ist an alle die sich das dann später noch mal anhören bei spotify und oder auf youtube ja und bei dir hauke war schön und ich sage schon mal tschüss und übergib dir das wort ja dann würde ich zum abschluss noch einmal auf unsere tassenaktion hinweisen wollen die blende ich noch mal ein ja wo du du hast das ja schon so schön heute extra vorbereitet dann wäre es doch schade wenn das jetzt nicht noch mal zum einsatz kommt ich glaube bei dir darf ich es nicht ja dann oder darf ich das doch ich probiere es einfach mal vielleicht ist es gleich weg vielleicht ist es da ich sehe einen link auch bei twitch ja achso nochmal frage zur keylook seite wann das programm veröffentlicht wird also anfang september vielleicht ein bisschen vorher dann geht es los dann habt ihr noch über zwei wochen zeit um euch da für die workshops anzumelden für die braucht ihr eine anmeldung weil man kriegt nicht beliebig viele leute in einen raum rein ja und der rest ist frei kommt einfach vorbei genau also auch